So, das Jahr der Fellmarer Bienen-WG neigt sich langsam am Ende zu. Die Bienen haben sich auf die Brutfarben zusammengesammelt, um Königin zu werden. Jetzt wird noch der restliche Teil von der Varroa-Behandlung ausgenommen. Wir haben damit Ameisensäure behandelt. Das kommt raus. Die Futterwaben werden mit Zuckersirup aufgefüllt, die die Bienen noch umwandeln und ihre Waben ablegen. Die sind ruhig, ne? Der wird bald. Obwohl, heute ist es sehr relativ warm. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.